Hier werden Zahlen gesucht. Du befindest dich auf Seite 9 des Zauberminis. Du darfst wieder das 100er Feld zu Hilfe nehmen. Du weißt, eine Reihe sind immer 10. Also eine Reihe, zwei Reihen, 20. Nun musst du nur noch die 1er zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Zähle weiter. 1, 2, 3, 4, 4 Zehner. Wie viele 1er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 47. Zähle weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viele 1er? 1er. Zähle weiter. 1, 2, 3, 4. 4 Zehner? Keine 1er. Wie viele Zehner findest du hier? Einen. Zähle weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielleicht kannst du es mittlerweile auch schneller erkennen. Ein 1er weniger als 10 sind 9. Schaffst du diese Aufgaben auch? Wie viele Zehner? 2. Wie viele 1er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier sind relativ viele Zehner. Zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viele 1er? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und bei dieser Aufgabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viele 1er? 1, 2, 3. Nun bist du schon bei der letzten Aufgabe. Wie viele Zehner? 1, 2. Wie viele 1er? 0. Jetzt bist du schon fertig. Ich glaube, das war relativ einfach.